Jo, und Willkommen zum nächsten Part von Super Mario Maker 100 Mario Heroes. Los geht's! Okay, machen wir weiter. Mal sehen, was uns hier erwartet. Battletank Charge! Okay. New Super Mario Brothers. Jo. Interessantes Design. Oh, eine Feuerblume. Hm. Und keine. Oh. Wieder eine. Hä? Okay. Was ist denn? Hä? Hä? Hm. 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 Ist es für euch okay, wenn die Parts immer 10 Minuten oder so gehen? Oder wollt ihr länger? Ja. Schreibt's in die Kommis. Oh, mein. Nein. Nächstes. Na, das hat sich gut angehört. Dash Spin. Spin. Genau. Die Spin. Die Römer. Dash Spin Jump Omega Jump. Aha. Okay. 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 Ach. Ich weiß. so ein Level habe ich schon mal auf der Wii U Version gespielt. Das war da in der Sternenrangliste. Es geht darum mit dem Cape zu spinnen. denn dann fliegt man und spinnt. Hopp. Ja. Sehr spannend. Zack. Und so. Nächstes Level. One Two Jumper. One Two Jumper. Mhm. Okay. Properer Pils. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, mehr. Sûch. Soll ich runter? Okay. Zuck. 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 Traum und das Ziel komisches Level warum ist es jetzt normal schwer ich würde es einfach einstufen ich bin halt der Totoo Hale oder Haare Pro so kennt man es es ist ein Level mein B Gap aha mein B Gap Reißt New Super Mario Brothers You hab ich nicht so oft gespielt meiner Meinung nach ist das beste Mario Blasar Blasas Super Mario World es ist ein gut Spiel und warum er nicht stirbt keine Ahnung New Super Mario Brothers ist etwas komisch wegen diesen diesen Spin Jamp aber gut gut okay so ein Parkour überspringen überspringen. Und falls jemand sagt, ich überspringe zu viel, schaut euch mal die Level an. Das heißt jetzt Super Mario 1-2. Ach, das ist ein Remake vom 1-2-Level. Also ein Höhlen-Level. Oh, krass. Ich dachte, wir sterben. Das ist genauso wie das 1-2. Nur in Besser. Sogar das. Und der geheime Raum ist der hier auch. Mal sehen. Hier, zack, zack. Ich wette, hier ist auch dieser geheime Raum aus den Original-Spielen. Und Ja, wie geil. Es ist der Original-Raum. Hä? Aha. Oh, und das Ziel. Cooles Level, muss ich sagen. Cooler Remake. Schreibt mal. Ja. Welches Super Mario oder was das gefällt euch denn am meisten? Mhm. Wie hieß es? Hallo? Ähm. Itty-Bitty-Airship-Kommi-Tee. Okay. Der Name ist nicht so kurz, würde ich sagen. Was? Oh Gott. Ich habe etwas Angst vor den Kettensägen. Monty-Maul-Würfe. Oh. Was ist denn das für ein Level? Ganz komisch. Vom Berg. The Berg. Heißt natürlich Berg. Ich bin sehr gut in der Sprache Englisch. Ich bin sehr gut in der Sprache Englisch. nicht erklären. Mir fällt kein Thema ein. Ich schwöre, ich suche Themen raus, über die ich reden kann. Gerade rede ich nur unnützes Zeug in diesen Parts. Lepp-πα-dupp. Puh. Puh. Überspringen. Keine Lust mehr. Stinky Seaware. Stinky Seaware. Okay. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich frage euch nochmal nach Rat. Über was soll ich reden? Liegt euch was am Herzen? Über das ich labern soll? Schreibt es in die Kommentare rein. Ey, auf dem 3DS funktioniert auf jeden Fall der Wall Jump geil. Irgendwie nicht, aber gut. Kann man mal machen, würde ich sagen. Piranhas uns... Echt? Ich... Danko. Danko. Baaaaa. Baaaaa. Baa. Ist jetzt gut. Aha. weil eigentlich soll Super Mario Maker mein Projekt mit das sein, wo ich über was labere und nicht wo ich mich aufrege wegen diesen schlechten Leveln Mama, der hat gar kein Skill Danke Oh, 10 Minuten schon vorüber, egal dann halt extra Länge Oh, echt Ach, man kann Oh, nein Man kann auf den spinnen Okay, wir wetten um 10 Euro, dass ich diese noch schaffe Wettet ihr mit? Gut Freut mich Ich habe eure Antwort nicht gehört, aber Ich bin Laura McDora Ich bin Laura McDora Zuck Nee Auch nicht Oh, das war gut mit der Stampfattacke Und Und Mach Dann kommt das Ziel Wo ist das Ey Das Level Das Level Ist schräglich Und total eklig Klick Ich habe meine Rhymes raus Ich kann meine 10 Euro nicht wegwerfen Ich kann es nicht Dann wird es wohl eine Folge mit extra Länge Wenn ich mich weiter so anstelle Okay Ich gebe jetzt alles Und ich bin leise Denn ich bin Speedrun 1, 2, 5 Und jetzt geht's los Okay, 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 okay Keine Zeit verloren, keine Zeit verloren Jo, Leute, Speedrun 1, 2, 5, 4 Los geht's Die Rekordzeit Oh, das habt ihr nicht gesehen 10 Euro zahle ich nicht Ich? Ich soll 10 Euro zahlen? Nee Run and dump Mach ich dir lieber Oh, was ist das denn? Oh, muss das sein? Ich wusste, dass das nicht funktioniert Es wäre cool, wenn es funktionieren würde Dann wäre es ein echt cooles Automatik-Level Aber so ist es nicht schön Ist das nicht schön Ich will noch ein Level schaffen Aquatic Ambience Aus Frankreich Hoffentlich war es aus Frankreich Oh, Super Mario, da, da Free Free, 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 free Mhm, interessantes Level Gumbas, Gumbas, oh, Piranha-Pflanzen Den kenne ich mich ja jetzt schon aus Oh, schon wieder ne Piranha-Pflanze Was haben die denn? Ach, so ne Scheiße Was So ne Scheiße Kommt ein Ziel, kommt ein Ziel Wann kommt das Ziel? Kommt ein Ziel, kommt ein Ziel Lustig Ein Gumba In meinem Mikro Hallo Bitte schenkt mir gute Le... Das Ziel Ja 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 Gut Ciao Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Schaut mal in anderen Videos Denn ich brauche Ja Auf 15 Minuten kommen wir noch 사juge Ja Ich finde dryer Ich findeCola Ja Wie Man Ich finde